Lise Karlstadt war eine deutsche Subrette, Schauspielerin und Kabarettistin. Sie bildete gemeinsam mit Karl Valentin eines der namhaftesten deutschen Komiker-Duos im 20. Jahrhundert. Lebenanfänge Elisabeth Wellano wurde als fünftes von neun Kindern eines italienischstämmigen Bäckermeisters in Schwabing geboren. Sie war Verkäuferin im neu gegründeten Kaufhaus von Hermann Tietz. Doch das befriedigte das musikbegabte Mädchen nicht, das mehrere Musikinstrumente beherrschte. Es zog sie auf die Bühne. Mit 17 Jahren kam sie zu den Münchner Volkssängern und von da zur Volksbühne und zum Kabarett. Zusammenarbeit mit Karl Valentin 1911 traf sie auf Karl Valentin, für den sie bei seinem Auftritt im »Frankfurter Hof« als Subrette mit ihrem Damentrio das Vorprogramm bestritt. Valentin erspürte im Kitsch der Liedertexte das komische Talent der Sängerin, fand auch als Mann Gefallen an der jungen Künstlerin und machte sie zu seiner Bühnenpartnerin. Ihren Künstlernamen, Lise Karlstadt, hat sie zusammen mit Karl Valentin in Anlehnung an den damals sehr berühmten Münchner Gesangshumoristen Karl Mextat ausgewählt. Mextat war Valentins Idol und hat ihn zu manchen seiner Szenen und Kaplets angeregt. In den 25 Jahren ihrer Zusammenarbeit entstanden annähernd 400 Sketche und Komödien. Dabei fiel ihr oft der Paar zu, eine skurril-chaotische Situation durch gesunden Menschenverstand und weibliche Intuition zu entwirren. Die Szene um den Buchbinder Wanninger ging gar als geflügeltes Wort für mehrfaches Verbinden beim Telefonieren in die Umgangssprache ein. Lise Karlstadt war nicht nur Partnerin, sondern auch Ideengeberin für Dialoge und Sketche, organisierte, soufflierte und half dem hypotschondrisch veranlagten Exzentriker Valentin auch psychisch über die Runden. In Auftritten im Berliner Kabarett der Komiker feierten beide zu Zeiten der Weimarer Republik Triumphe. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde es stiller um sie. Mit dem Streifen Mysterien eines Friesiersalons begann das filmische Oeuvre des Komikerpaares. Cineastisch gelangen ihnen in der Opernverfilmung die verkaufte Braut unter Regisseur Max Oppös die besten Sequenzen. Als Karl Valentin 1934 sein und ihr ganzes Vermögen in ein zweifelhaftes Museumsprojekt steckte und damit pleite ging, dann auch noch mit Anne-Marie Fischer als neuer Partnerin auftrat, fiel sie in eine tiefe Krise. Die Rolle der immer Heiteren und gut Gelaunten vermochte sie nicht mehr zu spielen. Sie sah keinen Ausweg mehr und versuchte am 6. April 1935 sich das Leben zu nehmen. Dem Sprung in die Isar folgte ein langer Klinikaufenthalt. Es wurde klar, dass nicht nur die vielen Rollenwechsel, sondern vor allem die zu enge Bindung an ihren Bühnenpartner, den verheirateten Familienvater Karl Valentin, all ihre Energie über Gebühr beansprucht hatten. Um ihre seelischen Wunden auszukurieren, verbrachte Liesel Karlstadt ab 1941 zwei Jahre bei einer Gebirgsjägereinheit auf der Erwalder Alm, wo sie die als Tragtiere eingesetzten Mulis betreute zunächst in einer Fantasieuniform unter dem Namen »Gefreiter Gustl«. Da ihr das aber als Verhöhnung der Wehrmacht hätte ausgelegt werden können, machte sie der sympathisierende Company-Chef Willi Schleif kurz darauf ganz offiziell zum Obergefreiten, wenngleich dieser Schwindel auch weiterhin nicht frei von der Gefahr der Aufdeckung war. Im Januar 1948 trat sie noch einmal zusammen mit Karl Valentin in der Münchner Kleinkunstbühne, »Der bunte Würfel«, auf. Nach Karl Valentins Tod war Liesel Karlstadt auch in ernsten Rollen in den Münchner Kammerspielen und am Residenztheater engagiert. Liesel Karlstadt starb am 27. Juli 1960 im Alter von 67 Jahren an einer Gehirnblutung in Garmisch-Bartenkirchen, wo sie sich mit ihrer Schwester im Urlaub befand. Sie wurde auf dem Bogenhausener Friedhof in München beerdigt. Auf dem Viktualienmarkt in München erinnern Brunnen an Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Außerdem ist das Valentin-Karlstadt-Museum den beiden Komikern gewidmet. Ein Teil von Karlstadts aus Briefen, Manuskripten, Fotos und biografischen Dokumenten bestehender Nachlass liegt bei der Monazenzia. Weitere Nachlasssteile und persönliche Gegenstände befinden sich im Valentin-Karlstadt-Museum. Weitere Rollen sie wirkte auch in Unterhaltungsfilmen mit. Der Bayerische Rundfunk bot ihrer Popularität zuerst ab 1948 mit der Radioserie Brum ML-Geschichten und später mit der Radioserie Familie Brandl eine Bühne. Mit Beppo Brehm drehte sie 1956 den ersten Fernsehwerbespot für das Waschmittel Persil, den die ARD am 3. November 1956 sendete.